Jetzt Telefonschein mit Leon, macht bock. Ja, also ich bin wieder Ben und die Scheiße klappt gar nicht, weil Leon sein Handy immer wieder nicht aufgeladen hat. Doch, bloß halt, dummerweise gibt's die Nummer nicht. Ja, okay, dann probier's nochmal. Penis. Ja, passt schon. Penis. Das ist ja nicht behindert, oder so, diese Nutte. Also, 08131. Ja, wenn du 100 Zahlen ergibst, kommst du irgendwann mal in China an. Nee, wenn ich 08... Euro und Deckung muss ich denn. Batterie fast leer als Bernd. Ich nehm auf den Anrufbeantworter. Jetzt ist's. Ja, jetzt bin ich hier richtig bei der Bäckerei. Ich weiß das leider auch nicht. Aber ich wollt mal schauen. Wegen dem Brötchen. Auf Wiederhören. Auf Gott, Leute. Wiedersehen. Applaus. Und ciao, Leute. Make it easy.